Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Luna ist bei mir, denn wir haben den 30. Oktober und so können wir zusammen für Halloween aufwachen. Und hier schlafe ich in meinem Bett. Nur mit dieser Decke, sie hat da einen Schlafsack, den ich ihr geliehen habe und meine normale Decke und noch so Kissen. Und sie bekommt noch ein normales ganzes Kissen und jetzt gehen wir ein bisschen runter. Und ja, schauen wir uns gleich. Oh, danke. Ich bin schlafen. Nein! Ich bin schlafen! Nein, ich bin schlafen. Was ist die Idee? oh du kannst dich ändern? oh nein oh nein, es ist schon sehr schön mit dieser Beste oh nein das ist gut das ist gut ich will nicht mehr machen wir liegen hier schon im Bett also Luna liegt auf dem Boot und sie hat jetzt eine Matratze bekommen und ich liegt im Bett und mein Kopf ist da wo die Schüsse eigentlich sind das stellt mich eigentlich nicht ich liege gerne schon da sitzt Luna Luna, Teo, montere ein bisschen dein visage mit der lumière da au revoir hier sieht man mich vielleicht ein bisschen Moment da ist Luna Teo und ich bin hier und wir haben wieviel Uhr wir haben 22 Uhr 42 ich bin echt müde eigentlich bin ich länger einfach doch irgendwie jetzt bin ich total müde und irgendwie freue ich mich doch früher zu schlafen da ja morgen Halloween ist und dann kommt der Tag näher und dann ab dem ersten November müssen wir wieder aber 360 Tage warten bis wieder Halloween ist und ja das ist jetzt ein Minivlog gewesen denn für Halloween selbst kommt ein, zwei Vlogs und ja oder nein diesen Vlog filmen ich mach daraus so einen kleinen Doppel Vlog denn wenn wir raus gehen erst filme ich mit dem Handy und darum mache ich so einen kleinen Doppel Vlog da ich heute gar nicht so viel vloggen konnte und ja ich schau mir jetzt noch ein paar Videos an bearbeite noch die ein oder anderen Videos für morgen und ich denke es ist noch ein Video und ja dann sagen wir euch gute Nacht die gute Nacht gute Nacht so da habt ihr es auch mal von Luna gehört und wir gehen jetzt pennen ciao so Leute ich mach mich trotzdem nochmal so wir haben 23.01 Uhr und ähm Luna liegt jetzt auch schon da Seht ihr sie? Keine Ahnung und ähm wir haben jetzt vor doch bis 0 Uhr aufzubleiben und ja und ähm weil wir hatten so 10 Minuten das Fenster auf ähm und die Heutzung ist aus und oh sie ist schon ja ist nicht warum mir ist mega warm meine Nase tut weh und wir haben Wasser bekommen aus dem Keller das ist es gut kalt und ich hoffe Luna pennt nicht ein und ich penne nicht auch nicht ein und ich war vorhin so echt müde und jetzt bin ich wieder ein bisschen wacher oh ich hab grad echt so einen Druck bauch und ich wollte mich dann halt noch ein bisschen melden und ein bisschen quatschen und ähm ja Luna hat jetzt doch noch eine Matratze bekommen weil wir noch eine auf dem Dachboden hatten sie haben ja auch nie sicher dies gemacht und ja ich bin schon ein bisschen müde aber diese Stunde werde ich das Ganze noch hoffentlich aushalten ähm äh 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 da ist Luna keine Ahnung ob ihr sie seht da da ach schätzt was ist diese Musik ich höre nur so ttttt Musik und so ist so hä von wo kommt diese Musik jetzt das war von Luna ja ich möchte am liebsten schlafen aber ich reiß mich ein bisschen oi zusammen ich lege mich auch hin ich bin ein bisschen müde und ich hab ich fang jetzt schon an ui ich fang jetzt an bisschen das Video zu schneiden noch für morgen morgen kommen um die vier Videos mit der auf dem Blog-Kanal fast fünf und ja obo dann melde ich mich morgen oder vielleicht später noch ciao boah Leute hm ich zeig mich jetzt nicht so ich hab jetzt keinen Bock mit dieser großen Lampe ähm die Zeit die Zeit vergeht nicht es ist erst 20 20 oder 15 ich hab das Video schon geschnitten es ist so eine kleine Wurme das ist jetzt gar nicht so viel Aufwand und ich ich penne gleich ein ich bin so müde ne also na ich guck einfach jetzt noch bisschen Videos und ja Luna kiske tüffel ja sie ist auf dem Handy sie ist auf dem Handy und ja dann melde ich mich nachher nochmal oder morgen sowieso nachher und falls ich mich anpinne und ja ja das sieht man uns ja wir sind wach und dann war dann ein Mensch gekommen und so hui 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 und dann ist sie auch aufgestanden du filmest? ja ja ich will es nicht ja 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 ich will es nicht ich will es nicht ja 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 es ist 23 Uhr 35 hier der Beweis Ich bin jetzt ein bisschen zu machen. Nein, ich will nicht diese Lichter. Ich will diese Lichter. Ich glaube, man sieht uns. Ouh, das macht mal. Oh, das macht mich so. Oh, das macht mich so. Du willst es machen? Nein, ich mache es. Ich mache es. Oh, das ist mein Kissen. Ich mache es. Stop schlafen ich in meine Augen. In meine Augen. Oh! Filme nicht, als ich mache es. Ich mache es einfach. Das ist nicht gut, ich habe sie nicht gut. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Das ist gut? Ja! Oh, Dahlia! Das ist so gut. Oh, Dahlia! Das ist so gut. Das ist so gut. Happy Halloween! Happy Halloween! Da sind wir. Ich konnte leider nicht mehr mitfilmen, wie ich Luna aufgeweckt habe. Darum habe ich das Ganze auf meinem Handy. Und wir haben jetzt 9.39 Uhr. Und wir schauen den Film von gestern weiter. Da war Luna. Hallo! Hallo! Und ähm... Schön! Da! Und ja... Wir sind noch ein bisschen müde. Wir haben schon gefrühstückt. Und... Und... Und ich habe ein Frötchen mit... Wir sind die Amerikaner gegessen. Ciao! Happy Halloween! Und ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Und ich habe ihn mitgebracht. Und ich habe ihn mitgebracht. Und irgendwann. Das hast du auch geschafft. Okay, ich kann alles다가 vergessen. Und jetzt so aufjaschen! gelockt da ist einfach cool hier seht ihr noch mal mein make-up ja meine haare waren etwas so schöner das ist auch so eine falsche spinne drin da ist luna wie ein vollzimmer dreht und meine mom hat das gemacht das und dieses dinger meine haare finden sich an wie stroh so war luna ich hatte noch und wir haben jetzt 21 uhr 2 es war so ein geiler tag ich würde diesen tag jeden tag machen es war einfach mega cool ist ich konnte ein paar personen besser kennenlernen und ja ich fand es echt cool und wir haben auch fotos gemacht und ja ich möchte mich schon später ich mache meine haare und so lose wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen da ist noch die matratze und alles und ich scho und ja ich hab wieder gestern vergessen zu flogen noch wir haben jetzt mittlerweile den ersten november und der tag ist und war richtig schön es hat mir super gefallen ich konnte paar personen näher kennenlernen und ja ich hab super gefunden ich wollte am liebsten dass dieser tag nie aufhören würde und wir hätten noch länger könnten draußen herumlaufen und das ist nicht so kalt gewesen wäre mir war arschkalt ich hatte eine kleine jeder lederjacke an und ich schon super für dich immer wieder nochmal wiederholen es war cool es war eine tolle erfahrung etwas hätte anders sein können das hatte ich jetzt aber nicht und ja abends das essen war sehr gut ich hatte wir hatten pizza gegessen und ich hatte der kotzende kürbis gemacht und ich bin ja schon anscheinend von einem von gestern und ja heute muss ich mal gucken noch was ich so mache ich muss mal den vlog schneiden den online setzen und vielleicht logisch auch heute ich wollte dich fragen ob sie lust hat fotos machen zu gehen so bisschen und ja ich hab auch neu drei neue instagram bilder kann ich euch mal zeigen einmal einmal das bild und und das und das und und ich mag die bilder sehr nur dieses bisschen ja ich hab nicht so schön geguckt ist aber nicht so schlimm ich und ich und und ich und 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 ich und und ich ich fand es einfach mega cool, würde ich immer gerne machen, auch mit den anderen einfach so jetzt einfach so ein bisschen rausgehen und zu, ja ich bin sehr froh irgendwie, sehr traurig irgendwie und ja generell gibt es jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, ich würde mal sagen, ich beende diesen Vlog hiermit, ich starte aber heute wahrscheinlich nochmal einen neuen Vlog und ja dann sehen wir uns beim neuen Vlog und ja, tschüss!